willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge lesber clash of clans mit mir im torsten und ja ich lege natürlich immer ganz ganz viel bei mir in den livestreams also am gestrigen mittwoch habe ich ja schon wieder mal was gelegt was dann später in den video folgen kommt ist natürlich manchmal auch ein bisschen doof das liegt aber daran dass ich manchmal ein bisschen vor produziere und dann eigentlich schon etwas zeige was eigentlich schon war oder andersrum aber auch in diesem fall ist so ich habe ein clan geschenkt bekommen ja habt ihr im titel gesehen clan bekommen oder clan geschenkt bekommen und zwar den clan deutschland der eigentliche hausmeister der eigentliche hausherr hier hat mir den clan jetzt gänzlich übergeben also das ist nicht so dass ich jetzt den clan hier ich denke mal ja ich weiß noch nicht ob ich den jetzt den kriegt er wieder zurück also vielleicht ist das ja dann doch nur geliehen aber er hat ihn ganz auch von seinen accounts gesäubert das heißt also nicht gesäubert sondern bereinigt und dadurch ist glaube ich auch ich muss mal gerade gucken der bänder hier ist glaube ich nach wie vor leader ja es ist der bänder hier ist leader und toto ist jetzt co leader hier denn ich hatte meine paar accounts ja auch geparkt das habt ihr da auch gesehen aber der clan ist jetzt schon wieder leicht befüllt denn wie jede liga bzw wie zu allen clanspielen lade ich euch mal wieder herzlich ein hier so ein bisschen mit mir die clanspiele zu spielen und neben den clanspielen ich könnte das eigentlich noch mal editieren hier wenn das ein gemeint auch mal editieren clan ist offen ist offen für alle wo ist das f da offen für alle würde ich sagen für alle wo ist das meint mein er fehlt immer sehe ich gerade so offen für alle klaren ist offen für alle wir haben 800 pokale solltet ihr schon haben minimal townhall würde ich mal so sagen fünf ich würde mal sagen sechs oder oder sieben also für die clanspiele müsste er rathaus 6 sein deswegen macht es keinen sinn hier drunter aufzunehmen wir machen natürlich auch freundschaftskriege wenn es denn sein muss oder machen wir mal nicht der rest ist glaube ich das passt noch klein wohl egal wir sind freundlich relaxed safe das helfen wir noch mal ab und so ein paar sind sind hier reingekommen und der clan ist mittlerweile auch klein level 14 geworden das seht ihr hier denn ich habe hier doch entschuldigt denn ich habe hier mit mir noch mal selber clankrieg gespielt am dienstag mittwoch und wir haben ihn doch noch gewonnen leute also die die im live scene dabei waren haben ja mitbekommen dass ich schon wieder die vollmeise gekriegt habe hier und denn der gegner ich habe es mir auch schon so ein bisschen habe ich mir ausgerechnet dass die base von toto hier hält allerdings hat der zweite auch nicht angegriffen vom gegner aber ihr seht ich habe hier auch nicht alle bases geschafft ich meine ich habe mich von unten nach oben hoch gearbeitet erst mit dem bänder zwei angriffe gemacht dann musste der frei glaube ich noch mal nachlegen ja hier muss der frei einmal nachlegen das ist eine max rathaus 8 base und auf die habe ich hier gemäxte truppen das heißt also mit mit machtrank genommen da mein golem noch nicht auf 2 ist und meine schweinereiter sind auch noch nicht auf 4 sondern erst auf 3 deswegen habe ich hier den machtrank genommen an der stelle und um die base hier mit schweinereitern kaputt zu reiten also da musste so ein bisschen der der kollege frei hier ran und der gegner hatte eigentlich keine schlechten truppen hier in der clan burg denn da ist da ist auf jeden fall immer eine hexe mit drin gewesen der hexe verteidigt hat gegen luft und boden der walküre war glaube ich immer mit drin und habe da glaube ich gerade gesehen ich glaube noch ein baby drache und da musste schon ein bisschen aufpassen muss ich sagen das coole war wir hatten ja nur einen kleinen 5er klankrieg dass beim gegner der erste zwar schön die klaren bogen gefüllt hatte selber aber nichts drin hatte da solltet ihr darauf achten wenn ihr also wenn ihr also die klaren bogen voll macht ich meine ich habe das genauso gemacht ich habe natürlich mit meinem 10er die klaren bogen der 9er und der 8er gefüllt habe mir aber auch mit den 9er dann dem 10er truppen gegeben dass er was in der klaren buch zum verteidigen hatte also auch da gerade wo ich das hier so selber mache vergisst man das auch auch schnell mal aber ich glaube das habe ich ganz gut gemacht wo hockey im rathaus 8 bereich ist immer immer noch gerne gesehen und gerne genommen also zumindest von mir auch gegen so komische waben bases hier kann man das glaube ich ganz gut machen und da machen es einfach die masse an hocks das reicht dann auch nicht dass da fallen sind oder dass dort dann die sprung fallen sind oder oder die bomben das haut dann nicht hin dann da fliegen einfach zu wenig hocks weg dafür sind die fallen einfach noch ein bisschen zu klein und wenn man dann die klaren buch auch schafft dann schafft man das auch mit den hocks eigentlich am ende genau das gleiche habe ich glaube ich im rathaus 9 in etwa gemacht ich muss mal eben gucken den hat der toto gemacht und den hat der toto auch gemacht okay das war mal die gleiche base leute also es war zweimal die gleiche base zumindest vom design her der hier war jetzt noch nicht ganz so stark aber ich glaube der da der darüber war dann noch mal ein kleines eckchen stärker das war er hier das ist ein rathaus 10 allerdings ist der rathaus 10 geworden während des klankriegs das heißt er hatte auch nur ein rathaus 10 bzw hatte auch vorher nur ein rathaus 9 und hier habe ich mich das ist das ist exakt der gleiche angriff den ich auf die auf die drei gemacht habe also eins zu eins kopiert mit den beiden minions zuerst wo geht meine queen rein wann schicke ich meinen king und so weiter das war exakt genau so außer dass bei der drei gegen mein king rein auf der ecke wo der minwerfer steht hier geht er nicht oder hier will er zwar auch da rein ja auch das war so beabsichtigt ich wollte den feger da wir kriegen aber er hilft dann gleich der queen denn die hatte erst mal ein bisschen zu tun mit dem lager wird jetzt kommt jetzt in wut und jetzt geht der king damit zu weiß nicht so schlimm war es nicht so schlimm auch hier seht ihr wieder die clan burg mit einer walküre einem baby drachen und einer hexe der gift war ein bisschen daneben der gift war ein bisschen daneben deswegen bleibt bleibt auch die die hexe leider außerhalb des giftes hier aber gut da war meine queen jetzt ein bisschen schneller unter wut und jetzt schaffe ich denn doch auch endlich mal den den luftfiger wegzumachen denn der hätte mir das ganze spiel versaut also erst mal jetzt die luftabwehren weg machen in der mitte das sind nicht unbedingt immer lufttaugliche bases gerade mit vier luftabwehren in der in der mitte die sich hier überschneiden überschneiden sich das heißt also beide luftabwehren werden auf die lavahunde schießen und dann leben die nicht lange dann leben die nicht lange auf level 2 seht ihr der erste ist mal gerade so mal gerade so da angekommen und war schon weg der zweite fliegt immerhin einmal drauf aber da sind natürlich auch dann die fallen rum also es ist nicht so unbedingt die top taktik hier aber ich glaube so mit dem green charge oder doch mit dem green charge geht es eigentlich ganz gut und am ende hatte ich natürlich glück dass da unglaublich der x-bogen vor allen dingen auf boden stand und wir dann auch noch reichlich im cleanup hatten also auch das ist so ein bisschen komisch gewesen aber wie gesagt zweimal die gleiche base das habe ich mit dem toto gemacht und mit dem chef koch konnte ich dann eigentlich oben dann schon die 1 machen ist ja auch ein rathaus 9 allerdings mit noch etwas stärkeren helden habe ich dann auch gemacht die 1 mit 71 prozent 71 prozent das war schon im live stream und ich musste allerdings 85 prozent oder mehr als 85 prozent auf die 1 mit meinem rathaus 10 machen da haben wir wieder ein bisschen zu lange überlegt im stream chat und haben und haben eigentlich nicht das gemacht was war zuerst also der erste gedanke ist immer der richtige scheinbar der erste gedanke ist scheinbar der richtige also schön gemacht ihr könnt euch nachmachen auch die armee könnt ihr euch nachpinnen ist ein bisschen tricky trickiger zu spielen ich habe auch lange gebraucht bis ich das raus hatte mit dem green charge setzen der loons und der hunde und so weiter also das ist mir auch nicht in die wiege gelegt hier aber auf der 1 waren dann ja schon ein paar prozent drauf das heißt also der gegner hat hier mich mit 85 prozent gemacht also musste ich mehr machen in dem fall dass er auch den toto schafft den hat er nicht geschafft ich habe so ein lack hier das gibt es gar nicht okay also wir gehen mal rein in den kampf der nummer eins und ich hatte ja eben schon gesagt ihr seht es sind nur 81 prozent geworden es sind nur 81 prozent geworden ist ein bisschen bitter denn wir uns haben denn wir haben uns so ein bisschen verscherzt was die armee angeht oder eigentlich habe ich mich verscherzt was die armee angeht die base hier hätte ich hätte hätte fahrradkette halt pause wollte ich machen hätte ich locker mit mit über 85 prozent eigentlich mit hexen riesen bowler über irgendeine flanke machen können hier oben also irgendwo so den helden entgegen kommen denn der kollege hatte keine klaren burg da braucht ihr mir gar keine sorgen rum machen und naja ja ich bin dann irgendwie anders vorgegangen und habe dann ihr seht es vielleicht schon unten in der leiste ich habe es verpeilt auf meine belagerungsmaschine umzustellen das heißt ich hatte normale klaren burg und wollte aber jetzt erst mal mit einem queen charge rein also hybrid angriff auf ratos 10 habe ich ja vor ein paar tagen schon eine folge mitgemacht und die hatte ich noch in ausbildung und habe gedacht komm bevor dir das rad hier jetzt neu erfindest machst du das mal hier kommst den beiden helden entgegen denn die christel super mit mit einer mit einer queen weil die hier am in dem mittleren kompartment am rumhampeln waren king schon mal außen gesetzt um so ein bisschen weiter den funnel aufzumachen sprungzauber habe ich mal genommen ich wollte halt ein bisschen tiefer in die base rein aber nicht so tief dass ich in die inferno oder in reichweite des entfernos komme vor allen dingen nicht der single infernos der multi ging ja noch aber der single entfernung tut dann schon ein bisschen mehr weh und king auch auch hier will der king wieder rein das war nicht schlecht denn der fandet ihr jetzt auch schön schön mit rein in die base und da unten seht ihr das drama da unten seht ihr das drama ja da habe ich natürlich jetzt einfach mal eine clan burg auf diese base raus gelassen ich weiß da waren max max speine drin aber trotzdem da kommt ja dann normalerweise noch ein pecker mit 12 magier vorher raus und das schon das schon sehr ärgerlich das schon sehr ärgerlich denn der pecker mit dem magier werden wer schön außenrum gegangen und ja so ging jetzt war alles in die mitte ja halt zauber bis hierhin ging es auch noch habe ich noch gedacht na geht noch geht noch geht noch aber ich hatte schon so eine ganz kleine krise bekommen dass die prozente am ende doch nicht reichen denn da ist noch ein single entfernt oder tut jetzt auch nicht so weh meinen mass truppen zumindest nicht jetzt teilen sich aber die meiner so ein bisschen auf und naja was willst du machen am ende waren es denn doch ein bisschen zu viel bomben zu viel flächenschaden da bei den beiden magiertürmen und dem bombenturm und ruckzuck hatte ich keine truppen mehr meine queen ist dann auch gestorben obwohl ich von oben glaube ich noch was gesetzt hatte damit der bogenschützenturm weg geht und ja ihr seht das drama da und dann bin ich hier in ein ganz ganz tiefes loch gefallen in ein in ein ganz ganz tiefes loch gefallen denn ja die schaffen das lager dann auch nicht mehr also 81 prozent und dann hieß es für mich nur noch bangen also bis dahin hatte der gegner nach wie vor nur zwei angriffe gemacht und als ich dann heute morgen geguckt habe und das ergebnis gesehen habe 14 13 da habe ich gewusst ich habe gewusst dass die toto base hier hält und die ist nicht gut der gegner hat aber auch nicht gut angegriffen die ist nicht gut und ich hatte irgendwo so ein bisschen die hoffnung ich habe die hoffnung gehabt der toto deft hier weil die anderen beiden sind natürlich auch fressfütter für neuner aber dennoch ihr seht es auch an den events hier der toto hat da noch mal hat da noch mal gemacht jetzt muss man gucken der gegner hat auch nicht mehr viel gerissen also klar vier auf fünf auf bänder und die drei auf toto und die drei noch mal auf frei um die sterne zu machen in der hoffnung dass der zweier angreift hat er nicht gemacht pech für egon glück für uns also hier spielen wir auf jeden fall heute abend wieder ein klankrieg wenn ihr lust habt kommt einfach rein klanspiele und auch cks ab rathaus level 6 weil ab da könnt ihr erst die klanspiele spielen da machen wir hier so ein bisschen nebenbei während die klanspiele laufen ein paar cks einfach nur ihr macht ein paar sterne ich mache ein paar sterne ich bin nicht so alleine ihr seid nicht so alleine und dann kommen wir hier auf jeden fall ganz gut zugange ich hoffe das ganze hat euch ganz gut gefallen kommt ihr ruhig rein ich freue mich ist dahin euer toto glasht